Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Felix Rote, ich bin der Kapitän der AIDA-SOL. Mein Name ist Heidi Rote und ich bin Hoteldirektorin an Bord von AIDA-SOL. Jetzt stehen wir hier noch im frischen Nordfjord Eid, aber schon am Freitag begrüßen wir Sie zur Weltreise. Und vielleicht ist was aufgefallen, oder? Genau, also die meisten werden wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass wir den gleichen Nachnamen tragen, nämlich Rote. Aber das hat ja schon zu sehr vielen Spekulationen geführt. Wir sind weder verwandt noch verschwiegert. Das Einzige, was uns gemeinsam verbindet, ist die AIDA-Familie. Untertitelung des ZDF, 2020